Sie ist schon viel herumgekommen, unsere große aufblasbare Verfassung. Anfangs war es schwer vorstellbar, wie so ein Kaltluftdisplay funktioniert, das mit einem Motor Luft hineingeblasen wird, das es in Minuten aufgebaut ist. Doch wir konnten unsere Mitglieder und Spender überzeugen, uns die Anschaffung zu ermöglichen. Und es hat sich gelohnt. Schon viele Menschen haben wir mithilfe des übergroßen Buches auf den Volksentscheid aufmerksam gemacht. Würden wir all die Städte auflisten, die wir mit unserem Grundgesetz besucht haben, würde sich das lesen wie ein Autoatlas. In Europa waren wir in Brüssel, London und anderen Orten. Wir haben alle Großstädte in Deutschland besucht und hunderte kleinere Orte. Die aufblasbare Verfassung hat ihren Dienst getan. Acht Jahre lang. Wir haben sie auf vielen Plätzen auf- und abgebaut, weit transportiert. Doch jetzt ist sie verschlissen. Wir brauchen ein neues Aktionselement. So schnell wie möglich. Und wir haben schon eine Idee. Es soll ein Würfel sein. Ein richtig großer Würfel. Jede Seite mindestens 4 mal 4 Meter im Quadrat. Wie bei der alten Verfassung ist ein Ballonstoff gedacht und ein Gebläse. Ideal für unsere Verhältnisse. Leicht zu transportieren, leicht aufzubauen und große Wirkung. 100 Gesichter wird unser Würfel haben. Die Fotos dafür haben wir auf unserer Jahrestagung schon gemacht. Unsere Models sind aktive von mehr Demokratie. Der Würfel wird die Menschen neugierig machen. Sie werden stehen bleiben und fragen, was wir vorhaben, wofür wir eintreten. Können wir Sie gewinnen, auch dieses Aktionselement mit einer Spende anzuschieben? Wir wollen jetzt in der Sommerpause den Würfel herstellen lassen. Immer wenn es um den bundesweiten Volksentscheid geht, wollen wir vor Ort sein. Farbe bekennen, Aufmerksamkeit erregen. Wir brauchen dringend ein neues Aktionselement. Bitte helfen Sie mit einer Spende.